Tja, vielleicht ist das die richtige Vorgehensweise im aktuellen Markt. Ein bisschen eine ruhige Kugel schieben, in Anführungsstrichen. Vielleicht ein bisschen den schönen Klang noch mitgenießen und dann mal schauen, was uns da gerade passiert. Nein, man kann sogar aktiv sein. Man kann sogar aktiv auf der Short-Seite mit dabei sein. Und vielleicht sollte man das auch. Das wollen wir uns mal angucken. Ihr habt viele Fragen gestellt. Wie geht das überhaupt? Wie kann man das machen? Und mal ganz konkret beim aktuellen Markt. Wie könnte so eine Situation, wie könnte so eine Strategie denn tatsächlich aussehen? Wir wollen uns das angucken. Wie jeden Mittwochabend. So auch diese Woche um 18.30 Uhr in der BMP Paribas-Borne-Akademie. Wir werden ein bisschen theoretisch fachsimpeln, aber das Ganze am Live-Chart mit der Praxis verbinden. Wir wollen mal gucken, wie es denn konkret aussehen kann. Ob wir da entsprechend Marken finden, die man nutzen kann. Oder ob wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch mal eine etwas ruhigere Kugel drehen sollen müssen oder dürfen. Wie auch immer. Ich freue mich, wenn ihr mit der Seite dabei seid. www.borneakademie.de Ich freue mich auf euch. So lange drehe ich hier noch mal ganz ruhig meine Runden.